So, ich habe mit OpenFrameworks mein Webcam-Bild reingeholt und rechne dann den durchschnittlichen Hältigkeitswert des gesamten Bildes aus. Der wird dann mit einem Protokoll an die Windows V4 Applikation geschickt und das ist der Wert, also wir haben jetzt gerade 36% Helligkeit und je nachdem, wenn ich jetzt die Helligkeit des Bildes verändere, haben wir eine andere Arbeit.